Auch wenn Sie noch nie einen Vincent Chase Film gesehen haben, kennen Sie doch bestimmt seinen Namen. Chase stammt aus armen New Yorker Verhältnissen, wie seine drei engsten Freunde. Freunde, mit denen er heute noch zusammen ist. Hey, Jungs! Wir sind gleich wieder hier. Niemand geht weg! Außer dir, du kannst abhauen. Vinny Chase. Ari Gold. Ich habe gehört, du hast das für mich. Mein erster Film als Studioboss und BOOM! Ich will, dass du der Star bist. Bei meinem nächsten Projekt will ich auch Regie führen. Ari. Weißt du, Vince, wie das geht? Ari? Wenn der Film floppt, wird Vince sich davon nicht erholen. Genauso wenig wie ich und auch du. Jetzt könnte es hässlich werden. Glaubt mir, es ist alles gut. Oh mein Gott. Der Arzt meint, es kommt jeden Augenblick. Was ist los? Wir haben ein Sex-Tame. Wir brauchen mehr Geld bis dann. Von mir aus kannst du gerne weitergehen. Oh, fucking no! 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 Mach die Tür auf! Jo, Vinny. Hat deine Freundin dich aus dem Schneideraum rausgeschmissen? Nein, mein Co-Financier. Echt? Meine Jungs brechen die Tür für dich auf. Ich hab Hamster hier. Der ist irre. Ich bin irre. Oh, fucking no! Was ist ihr? Untertitelung des ZDF, 2020